Und damit herzlich willkommen zurück, meine Salsarbeiter und Salsarbeiterinnen zu einem Best of Three von mir und Steffen gegen, ähm, ich hab den Namen vergessen, Dracula und... Wir haben unendlich Metall. Oh, das ist nice. Ich bin tot. Ja, wir spielen auch vorgebauten Maps und es ist ein selbeses Game, weil es gibt unendlich Metall und wie ihr seht... Mach weg, mach weg, den Lachs, der ist weg. Du musst nur einmal treffen. Wo? Wo? Aber da kommt ein New King. Oh, 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 oh. Und jetzt musst du ihn wegmachen. Jetzt musst du ihn wegschießen. Die Kanone, die ist offen. Schieß seine Kanone weg. Nein, Steffen! Ah, nein! So knapp. Ja, 35 Sekunden Game, Leute. Es ist ja zum Glück Best of Three, aber die Map ist super wild. Wir starten direkt rein ins nächste. Zweite Runde, let's go, party people. Ach, ich bin... Ich bin tot. Du bist ja einfach noch schneller gestorben als ich. Ja. Es ging gar nicht. Ich hab einen Schuss kassiert. Danach war Ende im Gelände. Aber schön, du hast auch einen Gegner rausgenommen. Egal, du hast ganz viel Metall. Du kannst das hier... Du kannst das hier on the long game... ...saben, das Game. Plays ganz viel Metall. Schön, schön, schön. Vor deinem Cannon. Geht nicht. Schön, schön, schön. Ja, 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 komm. ABM. Gib ihm, gib ihm, gib ihm, gib ihm. Da kommt jetzt ein Nuke. Aber das hast du. Du bist ein Champion, Steffen. Hol das zweite Game hier. Das war nur Scharmraketen. Jetzt kommt der Nuke. Tut weh. Oh, ah, oh, oh. Er hat den ganzen Core mitgenommen. Was ist das denn für eine Scheiße? Okay, wir müssen das zu einem Best of Five machen, weil das sind die Runden so richtig kurz. Okay, also, es ist noch alles drin. Der untere ist ja sofort tot. Ja. Okay. Okay, bist du ready? Ja. Geht rein, Leute. das baut einfach nicht scheiße kommt schon du kannst den killen ja ich habe keine energie noch kein richtig und dann richtig metall kommt bitte bau 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 viel zu tief aber der stimmt oder der stimmt doch jetzt bin ich noch aus dem teil viel mehr metall kommt und sobald du schießen kannst direkt ja der nasse den habe ich jetzt auf die große tür dass das nur eine tür das one shot er painted ja wenn du die tür triffst das gg ich schieße natürlich nicht schaden damit es nicht gg ist man kennt es ist jetzt die lpm ja ist schwierig er zu hoch geschossen kannst auch nix pendeln wenn die ressourcen hast die sind gratis naja du hast also ja die muss ich kurz umwandeln schade ich weiß du hast keine zeit aber wenn du zeit hast kannst du dich runter bauen da ist doch ein schwamm raketen oder new verfahren weiß ich nicht mehr oh ja das möchte ich das gewonnen ja sieg zu junge ok das ist es noch alles drin 2 zu 1 noch zwei games müssen wir gewinnen steffen ganz ich bin ja so ready ne ok let's go denn 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 wir könnten auch phantom spielen mit der naja egal nächste runde wenn wir es überleben spielen wir phantom ok let's go jawoll schönes ding schönes ding steffen türen zu türen zu türen zu erst mal alles mit stahl zu bauen ja stirbst du schwer zu sagen ok möster sind eingeämt aktive fähigkeit reiner das ist unser game steffen komm sehr schön ja 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 nein zu hoch ok junge intensiv kann man nicht anders sagen mann macht doch bitte danke oh schönes ding steffen 2 zu 2 jawoll let's go ok so was willst du jetzt spielen phantom und direkt fähigkeit aktivieren ok ok auf 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 geht's machst du die fähigkeit ja ich mach fähigkeit dritte runde jawoll schönes ding oh no ok das habe ich so auch noch nicht gehabt ja hallo ich kann nicht upgraden ich habe keine abgestellten das ist ja frech du musst nur die du musst durch die offene tür schießen er wird durch die eine tür er hat eine tür du hast eine kanone oh nein wir haben so long ich konnte die kanone schießen und ich konnte ihn nicht schnell genug verteidigen ich dachte oh auf der top base hast du schon nuke launcher und hier hast du keinen auf der bottom base und das ist auch kein upgrade center oh intensives video ich brauch das gar nicht cut denn es sind immer noch nur 7 minuten ich meine das ist crazy Leute das war ein best of 5 auf einer vorgebauten map imagine kann man auch mal machen ne in diesem sinne haut rein ist richtig wild haut rein heh tja man ques m m